Der Ton macht die Musik. Einmal in der Woche probt Pörners Nachwuchsband MB13 im binationalen Internat. Martin Schramm ist der Kopf der Band. Seit gut zwei Jahren teilen er und die drei anderen Jungs ihre Leidenschaft für die Musik. Ich habe an Plagt angefangen mit einem Kumpel, zwei Getorn und Gesang. Aber ich hatte immer schon den Wunsch, eine richtige Band zu gründen, mit Bass, Schlagzeug und E-Gitarre. Und den Ausdien kannte ich vom Schwimmen und ich wusste, dass er E-Gitarre spielt. Habe ihn einfach gefragt und der Tim, der habe ich einfach eine Musikschule angefragt. Und beim Franz war es so, den kann ich auch vom Schwimmen. Er hat aber Gitarre gespielt, aber ich wusste auch, dass er ein bisschen Bass spielen kann und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann soll er doch was spielen. MB13 heißt richtigerweise Music Brothers 13. Gemeinsam spielen die vier Rock- und Popmusik ausschließlich mit englischen Texten. Sunrise Avenue sind die großen Vorbilder. Doch einfach kopieren wollen die Teenager aus Pirna ihre Idole nicht. Vielmehr schreiben sie die meisten ihrer Lieder selbst. Martin gibt dabei die Texte vor. Manche Texte kommen einfach so, genauso wie die Melodie einfach so kommt, durch Inspiration. Manches habe ich auch selber schon erlebt und meistens sind dann auch die Texte und die, dass die Situation, die man wirklich erlebt hat, die Texte, die am besten sind. Wir spielen es nochmal und denkt mal bitte im Refrain dran an den Crew. Das ist wirklich wichtig, dass ihr wirklich zusammenspielt. Geprobt wird bei MB13 eifrig. Immer wieder werden die Songs verfeinert, kommen neue Klangelemente hinzu. Was der Band noch fehlt, ist der klassische Keyboard Sound und genau deshalb sind die Music Brothers auf der Suche nach einem jungen Musiker, der für sie in die Tasten haut. Das bringt so ein bisschen Fülle mit in die Musik, dass es nicht nur nach Gitarre klingt und Gesang und ein bisschen Schlagzeug, sondern dass auch ein paar Effekte mit dazu kommen und dass man auch mehr Breite rausbringt. Das Musikjahr 2016 soll die Music Brothers weiter voranbringen. Die vier hoffen auf möglichst viele Live-Auftritte, so wie beim Bandclash vor wenigen Wochen in Dresden. Vor 500 Leuten rockten sie gemeinsam mit acht anderen Bands den angesagten Club Tante Ju. Ein Riesenerlebnis mit einer richtig guten Resonanz. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir es sehr weit geschafft haben, weil es gab ganz viele Bands, die sich beworben haben. Es gab vorher schon eine Jury-Auswertung und nur die besten acht von ganz Dresden und Umgebung haben es wie gesagt in dieses Regionalfinale geschafft und die Jury-Auswertung verlief auch sehr positiv. Uns wurde auch gesagt, dass wir halt noch ein bisschen Erfahrung sammeln sollen, aber auf jeden Fall 2017 wiederkommen sollen. Bis dahin haben die vier Nachwuchsmusiker noch viel vor. So soll es bald ein eigenes Album geben. Der Titel Heartbeats ist dafür ein ganz heißer Favorit. Melodischer Sound mit gefühlvollem Text. der Titel Heartbeats 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017